Herzlich Willkommen im ID Reborn Spa. Ich bin Begonia, Leiterin des Tagesbars in Palma de Mallorca. Neben Geschäftsleitung und Personalführung ist es meine Aufgabe, die Umsetzung des Reborn-Konzeptes zu gewährleisten. Wir möchten es ermöglichen, jedem Gast sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Denn ihre Zufriedenheit ist für uns das Wichtigste und sie sollen sich vom ersten bis zum letzten Moment bei uns wohlfühlen. Im Reborn Spa steht der Mensch im Mittelpunkt. Mit all seinen Sinnen, harmonisch aufeinander abgespielte Faktoren wie Licht, Musik, Farben und Düfte kreieren ein Ambiente, das sie den Alltag vergessen lässt. Im Reborn Spa verfügen wir über ein Spa-Programm, das von Styling und Kosmetik über Massagen und Spezialbehandlung bis hin zu Fitness- und Ernährungsberatung reicht. Wir wollen ganz individuell auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen. Und deshalb bieten wir zum Beispiel auch Kindermassagen an. Wir holen Sie gerne mit unserer Limousine ab oder bieten Ihnen unseren VIP-Raum mit Room-Service an. Genießen Sie Ihren Aufenthalt bei uns wie einen Kurzurlaub. Ich freue mich, Sie bei uns persönlich begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, es geht um nicht. Wir sind ungefähr mit dem ですね, den Sie auf jeden Fall haben. Ich hoffe, es geht um nicht. Wir können uns einen Gebirner-Tabon über die Weili und unsere Aufnahme. Wir hören uns vielleicht nicht. Wir sind nur ein Gebirner-Tabon über die Bedürfnisse, das sei es, dass Sie die in der Vergangenheit mit einem Aufnahme. Wir sind nur ein Gebirner-Tabon über die